hallo freunde heute wieder ein neues trading tutorial und zwar zeige ich euch heute wie man mit informspielern handelt ich habe hier schon mal letzte woche so ein paar kollegen gekauft aus dem team der woche und ich zeige euch jetzt mal wie die wertentwicklung ist also ich habe gerome gekauft für 9.900 in der aufstellung 4231 und ich habe es hier schon mal eingeben jetzt gucken wir mal was der heute wert ist also wenn ich ihn jetzt rein stellen würde gibt es keinen unter 16.750 und falls den typ wirklich keiner haben will kann ich ihn einfach abstoßen für 9.394 und ich habe einen ganz minimalen verlust und ich denke für 11.000 wird man sowieso jeden informspieler irgendwann los wichtig ist die aufstellung kauft nicht jeden scheiß es muss mindestens eine 4er aufstellung sein also mit vier anfangen optimal ist natürlich hier sowas 442 immer sehr gefragt 4231 4222 ist auch ok hier nochmal 442 4231 kauft nichts mit mit 33 421 oder was auch immer letztendlich ihr ein problem haben das zu verkaufen es sei denn ihr holt euch ein spieler der wirklich ein 80er in den 80er ist zu gering und 85er ist da noch höher wenn er den bekommen für 10.000 dann wird er wahrscheinlich auch in der 3er formation weggehen so jetzt gucken wir mal was ist denn der kollege hier wer wer hat er ist ein torwart in 442 in brasilien 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 20.000 16 7 15 ok er ist noch recht günstig mit 11 32 25 also seht der trend geht stark nach oben er hat irgendwie den preis verpasst glaube ich oder ist ein bisschen knapp bei kasse auf jeden fall wenn ihr euch diese leute kauft und einfach ein zwei wochen haltet wird der preis nach oben gehen gerade diese spieler hier mit 79 die werden wahrscheinlich nie wieder in form werden weil es einfach ein zufall war dass sie in form sind während ein robben oder messi wahrscheinlich öfter in form kriegt und dann werden die alten in form zum preis fallen so was haben wir noch für welche ich habe ihn hier noch in 4 2 3 1 sehe ich gerade mal gucken was sehr aktuell wert ist 14 14 5 15 12 5 naja also genau die gleiche tendenz so jetzt die frage wie findet man diese spieler ich setze mal hier alles zurück team der woche ist ja bekannt wo man das zu finden hat und ich mache es dann immer so ich gebe hier einfach ein mindestpreis 8000 bis 11.000 gold spieler und dann gehe ich auf die suche so hier ist erstmal nichts hier haben wir schon den ersten in form das wäre natürlich eine scheiß aufstellung 343 wird später wahrscheinlich kein mensch haben wollen also lassen wir den mal außen vor hier mein stürmer auch beschissene aufstellung finger weg so was bleibt denn hier noch blätter mal ein bisschen in verteidiger 451 ist grenzwertig die aufstellung geht schon ist aber nicht der oberhammer tempo ist nicht so toll verteidigung ist nicht so toll naja ich biete einfach mal 10 und zur not stoße ihn einfach ab so was haben wir noch noch ein stürmer 5er formation würde ich auch von abraten laufen nicht wirklich gut 4 3 2 1 das ist eine aufstellung das wäre okay wobei mir der preis schon fast ein bisschen zu hoch wäre aber man könnte ihn auch für 11 kaufen und einfach zwei wochen warten dann müsste er höher gehen aber ich bleibe eigentlich lieber bei der 10.000er variante denn wenn ich dann wirklich mal abstoßen muss habe ich nicht so einen hohen verlust so was haben wir hier noch hier noch ein 5 2 2 1er es ist gar nicht ganz so leicht welche zu finden ja hier 4 4 1 1 das ist okay und auf den biete ich einfach mal obwohl es ein torwart ist torwart ist immer so ein ding die gehen meistens nicht so gut wie ein stürmer oder ein innenverteidiger oder mittelfeldspieler hier haben wir noch einen innenverteidiger ja gut die aufstellung ist okay ich biete einfach mal das ist gar nicht so einfach diese leute zu finden weil die hier immer untergehen im strudel die aufstellung ist auch okay aber der preis ist mir eigentlich zu hoch ich suche schnäppchen er hier ist okay das sind schnäppchen so mal gucken ob wir noch einen finden hier wo spielt der in welcher liga holland holland liga ist glaube ich nicht so gefragt hier ist natürlich auch die sache er ist mittelstürmer in der formation gibt es eigentlich ja keinen mittelstürmer ja würde ich auch die finger von lassen eigentlich so was haben wir noch noch mal den kollegen ja er hier ist auch okay da bieten wir auch mal drauf okay ihr habt ungefähr ein gefühl wie das ganze anzupacken ist und ich sehe wir sind schon überboten worden letztendlich werden diese informspieler im preis auf jeden fall steigen es ist halt eine frage der zeit ihr braucht ein paar coins aber es ist eine gute investition wenn man einfach ohne arbeit geld verdienen will okay freunde das war's macht's gut